Herzlich Willkommen liebe Freunde des Magischen Waldes. Heute sind wir auf der Gull. Ausgehend von La Chao, hier in Montajón, geht es hinauf zur Bergstation. Machuiz. Von der Bergstation geht es dem Hang entlang Richtung Lindauer Hütte. Ausgehend von La Chao. Ausgehend von La Chao. Ausgehend von La Chao. Ausgehend von La Chao. Blumenblumen und Tenentia. Trollblumen. Blumenblumen. Die drei Türme direkt neben der Lindauer Hütte hier. Der Abstieg geht hier über das liebliche Gauertal hinunter. Und diese vier Damen verabschieden uns. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Heiler Fritz aus Rammetshofen. Ich bedanke mich.